Alle ziemlich gut weggekommen, die Rose, die hat es jetzt geschafft, einmal mit der Papse, die schaut gut aus, uiuiuiui, nicht an der Abstellung zu sein, schaut gut aus, schaut gut aus. Die Rose und die Papse sind gut, dann vom Lagerhaus und dann Haus, gehen wir, das habe ich schon schneller gesehen. Wenn man sich fies ans Lembeck hat, hoch dran, hoch dran, schaut gut aus. Die Verteidigung ist vorne. Die Verteidigung ist vorne. Die Verteidigung ist vorne. Aufpassen jetzt. Aufpassen. Aufpassen. Erster Platz. Zweiter Platz. Dritter Platz. Die Verteidigung haben es gewonnen. Zweiter Platz. Toni, Weiner und Johanna, Jens Berger. Und dritter Platz. Elisabeth, Alba und Isabella Kaltenbrunner. Gratulation. Ich will euch bitten. Bleibt es kurz drin. Füllt euch zusammen. Wir machen ein schönes Foto. Die Herren richten sich. Oh, die Herren, glaube ich, wissen schon was vormessen. Und eine Dame ist noch immer dabei. Es ist bei den Herren noch ein Alturrohrpärchen dabei.